Liebe Freunde des Förderkreises für Musik in der Thomaskirche in Kiel-Schulensee, eigentlich sollten wir, die Tilanus, Violine, Friedrich Boazbratsche und ich, Stefan Heber, Cello, diese Woche ein Konzert für Sie spielen in der Thomaskirche mit den Goldberg-Variationen von Johann Sebastian Bach in der Fassung für Streichtrio. Leider muss dieses Konzert verschoben werden, wir wollen Ihnen aber dennoch einen musikalischen Gruß aus Amsterdam nach Kiel senden und spielen nun einige Auszüge aus den Goldberg-Variationen für Sie. Viel Vergnügen! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020